Oberstaufen im Allgäu. Hoch über dem Weißachtal thront eine ganz besondere Perle der Lebensfreude und der Entspannung. Das Aquaria Oberstaufen. Ein kleines, aber feines Erlebnisbad für Aktive und selbstverständlich für Menschen, die die Entspannung suchen. Das Aquaria hat täglich zwischen 9 und 22 Uhr geöffnet. Und das Gute liegt für die Besucher aus dem Bodenseeraum Sauna. Die Aufgusssauna im Außenbereich heißt nicht umsonst Panoramasauna. Der herrliche Ausblick auf die sanfte Bergwelt der Umgebung bietet die perfekte Möglichkeit, um den Körper schwitzen und den Blick in die Ferne schweifen zu lassen. Selbst an gut besuchten Tagen kann man das Freiheitsgefühl in vollen Zügen genießen, denn allein die Panoramasauna bietet Platz für bis zu 40 Personen. Leidenschaftlich betreut werden die zahlreichen Anlagen von Saunameisterin Christiane Klotz. Starten tue ich in der Frühschicht um 6 Uhr und dann steht natürlich die Reinigung im Vordergrund, dass es einfach sauber ist, dass es hygienisch ist, dass die Leute zufrieden sind, die Gäste zufrieden sind, die Gäste betreut werden. Und dass man Aufgüsse macht, das ist dann so mein Ablauf. Ja, es ist schön, man kann mit Gästen arbeiten, man hat den nahen Kontakt zu Leuten, man kann helfen, man sieht, es tut ihnen gut und es macht einfach Spaß. Ladies only ist das Motto in der Damensauna. Separat vom allgemeinen Indoor-Sauna-Bereich gibt es hier für die Damen die Möglichkeit, ganz und gar unter sich zu sein. Der Entspannungsbereich ist der ideale Ort, um den Körper nach dem Saunagang in eine wohltuende Ruhephase zu bringen. Um ihn den guten Besucherzahlen anzupassen, wird der Entspannungsbereich 2019 für die Gäste nochmals vergrößert. Verantwortlich für das Bestehende und die Neuerungen im Erlebnisbad zeichnet sich Geschäftsführerin Heidi Köberle. Sie erklärt, was das Aquaria alles zu bieten hat. Also die Gäste erwartet bei uns eigentlich eine gute Mischung von allem. Wir bieten ja nicht nur ein Sportbecken, 25 Meter für den Schwimmer. Wir haben was für Jugendliche, 3 und 5 Meter Sprungturm, das ist auch für jung gebliebene Erwachsene. Wir haben eine 100 Meter Rutsche, Außenbecken, Sohlebecken, wie man schön hinter mir sieht. Wir haben eine wunderschöne Saunaanlage mit einem Außenbereich, der seinesgleichen sucht. Und wir heißen auch nicht umsonst das Paradies für zwischendurch. Das ist ein wichtiger Slogan bei uns. Und wir bieten als einziges Bad in der Region inklusiv Preise an. So muss man zum Beispiel als Erwachsener für 4 Stunden 17,50 Euro bezahlen, kann aber das gesamte Bad nutzen. Das heißt Sauna und Bad und Außenbereich und alles ist da mit enthalten. Dem regelmäßigen Besucher ist die aktuellste Neuerung schon aufgefallen. Im obersten Stock hat das Aquaria-Team mit dem langjährigen Partner Physiotherm eine ganz spezielle Ebene zum Wohlfühlen eingerichtet. Die Glasdachkonstruktion vermittelt das Gefühl, als würde man unter freiem Himmel liegen. Und selbst wenn der mal nicht so blau sein sollte, die ergonomisch geformten Physiotherm Relax liegen und die lederbezogenen Infrarotbänke sorgen für wohlige Wärme. Persönliche Beratung und ganzheitliche Behandlung wird im Erlebnisbad Aquaria großgeschrieben. In sprichwörtlich gute Hände begibt man sich bei den Wellnessmasseuren. Tageslichtdurchflutete und klimatisierte Massageräume sorgen für das passende Ambiente. Ob zur Entspannung oder zur Schmerzlinderung, die wohltuenden Massagen sorgen für ein völlig neues Körpergefühl. Ganz neu im Angebot ist dabei die neuseeländische Miri-Miri-Massagetechnik. Für die absolute Tiefenentspannung kommt auch das eine oder andere Massagehilfsmittel zum Einsatz. Der Wohlfühlfaktor danach ist mehr als hoch. Wer mehr die Spannung als die Entspannung sucht, kommt auf den Turm auf seine Kosten. Sogar das Zuschauen macht hier Spaß. Besucher, die dauerhaft im Wasser bleiben wollen, haben dazu drinnen wie draußen reichlich Gelegenheit. Badespaß für alle von groß bis klein ist also dabei garantiert. Das Aquaria-Erlebnisbad in Oberstaufen erwartet seine aktiven Gäste sowie die Freunde von Entspannung und Wellness ganzjährig mit unvergesslichen Momenten. Was ist denn das? Bis zum nächsten Mal.